Wir sind die Besten der Welt. Ich bin die Vulkanforscherin. Mit meiner Antenne kann ich alles auf der Welt hören. Ich bin der Punktemann. Mit meinen Torten kann ich jeden bestechen. Ich bin so wie Batman. Mit meinem Umhang kann ich an jedem Ort der Welt fliegen. Und ich bin der Müllmann. Mit meinem Schrott kann man alles bauen. Zum Beispiel unser Einsatzfahrzeug. Wir sind die Besten der Welt. Yeah!